Air Traffic über der Schweiz live verfolgen Forscher der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften haben ein Mashup für Google Maps erstellt, das Flugbewegungen im Raum Zürich in Echtzeit abbildet. Geben Sie in die Adressleiste Ihres Browsers radar.zhaw.ch ein und klicken Sie auf den Link See Air Traffic Live. Die Map wird geladen. Sie sehen den Flugverkehr über der Schweiz in Echtzeit, wobei eine Aktualisierung im Abstand von ca. 30 bis 45 Sekunden erfolgt. Klicken Sie auf ein Flugzeug, um Informationen über den Flug und das Flugzeug zu erhalten. Sie erfahren die Flugnummer, die Fluggesellschaft, Höhe, Position und Steig- bzw. Sinkrate. Bei manchen Flugzeugen finden Sie im Register Flugzeug sogar ein Foto des Flugzeugtyps vor. Sie können sich natürlich auch einsoomen, da der Anwendung ja Google Maps zugrunde liegt. Wir haben eine Viertelstunde des Flugverkehrs über der Schweiz im Zeitraffer dargestellt. Klicken Sie links unten auf Einstellungen, um zum Beispiel auf eine Satellitenkarte umzuschalten oder Schatten, Farbverlauf und Maßeinheiten zu verändern.